ARRIUS 4 SPIECE 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 Monkey D.Battle Yo, steppet diesen shit rein, ganz Single Rap, seit 2 Monaten dabei, aber trotzdem deiler Westing hier am Mic, seid dabei, wenn ich meine, geht's nicht mehr. Gegner zu Fleisch, Leute, ich komme aus Liedersachsens Kleinstadt, manche haten, obwohl es keiner von den Reihen schafft, alle Rapper hier sind mit nem Image versehen, weil sie Wayne sind mit ihrem richtigen Leben, ich bin anders Rap, kann mir keiner nehmen, so lächerlich, ob Sache ausgedachte Storys erwähnt, von Waffen, Noten, Drogen oder ähnlichen Themen, und das nur weil ihr nicht klarkommt mit eurem Problem, ich erzähl auch nicht, dass ich jahrelang im Knast sa, warum? Ja, weil ich es einfach nicht gemacht hab, und das einzige, was ich damit sagen will, dass ich immer Trapper aus Lust und Laune kill, pass mir das Mic und ich zeig dir, was Rap ist, ich bin dem Game tief drin, ja, ihr seid nur Turist, es ist ein Deezus am Mic, geht alle zur Seite, pass mir das Mic und ich zeig dir, was Rap ist, ich bin dem Game tief drin, ja, ihr seid nur Turist, es ist ein Deezus am Mic, geht alle zur Seite, Das ist ein Deezus am Mic.